Hallo meine lieben Freunde Willkommen zurück zu Final Fantasy 13 Ja ich muss erst mal die wieder umstellen Nein falsche Taste Ich bringe mal die falsche Taste Ist denn erst mal an dich und das von mir gewohnt? Äh Start Nein ich Charakter parat die mit Dankeschön I will be like Yeah Wir haben hier Punkte? Nur 1000 Jahre ist reich nicht Okay wir haben hier diese Nebenmissionen Und die wollen wir jetzt machen So Hello Seelenfrieden alles reißen Ziel ist der Chefpudding Ort in der Aschillsteppe immer grün wie es ist Also da wo wir jetzt gerade sind Klasse D Oh dieser vermaledite Chefpudding Der sich in der Nähe des Teichs rumtreibt Den muss ich erledigen Sonst ende ich als Thief Wie lange schon bin ich unterwegs auf der Suche nach ihm Die Zeit wird knapp Ich muss ihn finden bevor es zu spät ist Wenn ich aus dem Kristallschlaf erwacht bin Helfe ich beim Wiederaufbau unserer Heimat Die er verwüstete Ich nehme die Mission an So ich hab hier mein Lösungsbuch mal hier hingelegt Hier unten am Boden Oder ich lieg's mal hier kurz auf die Couch Weil ich nicht mehr genau weiß wo die sind Äh Ich hab echt keine Ahnung Naja ich suche ihn einfach mal so Äh wir kümmern uns aber erstmal um die Gegner hier Weil es sind neue Gegner Warum gucken wir uns die nicht einfach mal an Hallo Wir könnten natürlich direkt von den Gegnern aufs Maul bekommen Es kann schon mal passieren Leo Ach halt Weil hier auf dieser Aschillsteppe gibt's auch Gegner Die sind einfach nur krank So wie der da zum Beispiel Hopp wie wärs mal Danke Warte mal Warum Nein 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 Nope Nein Warum sind meine Scheiß Äh ist es wieder die falsche Tasse Warum Ich muss die immer neu umstellen Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Ich kämpfe jetzt nicht nochmal gegen die Ich hab schon gemerkt was die Kacke sind Okay Es ist so gottverdammt groß Komm was ist mit euch beiden Euch beide krieg ich doch wohl down Oder seid ihr wieder dieselben Pudings die wir schon mal hatten Okay es sind wieder Karamellmus Okay Die hatten wir schon einmal Es kann sein dass ihr drüben vielleicht ein bisschen vom Fernseher hört Also nicht mein Fernseher Sondern Kurz immer weil meine Mutter gerade irgendeinen Film guckt Ich glaub Wolverine Keine Ahnung Ich kenn mich mit Marvel Nee doch aus Äh Es kann sein dass ich meine Stimme kann ich auch ein bisschen scheiße anhören Ja Ja meine Freundin die die letzten Tage hier war die hat mich Angesteckt Aber das ist doch nicht schlimm Also die interessiert mich auch nicht So gut Vanille Vanille Karamell Karamell Ist tot Ich würd gern wissen wo der ist Ich liege seine 83 Ich hab jetzt keinen Bock um zu blättern Hab ich hier irgendwo die Karte Okay Okay Ist das der rote Punkt da hinten Missionsziel Ah Ah okay 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 wir gehen sogar in die richtige Richtung Neck mich am Arsch Ach nur einer von denen Einen kriegen wir down Okay zwei Zwei kriegen wir auch down Das sind Leo Achreis Haben wir gegen die schon mal gekämpft? Ich weiß es nicht Auf jeden Fall haben die sehr viel Leben Okay Wenn Fang drauf haut nicht Weil ich würd mich Anstatt mit der Story jetzt weiter zu machen Würde ich mich erstmal hier um ein paar Missionen beschäftigen Und so weiter Einfach aus dem Grund Du wirst nachher wirklich Ein hohes Level brauchen müssen Weil später wird es echt richtig schwer Das hab ich ja selbst gemerkt Als ich das Spiel schon mal gespielt hab Und ich werde jetzt erstmal Missionen machen Weil Du brauchst es einfach Du musst einfach jetzt Ein bisschen Level Es wird später wirklich richtig hart Kann ich den jetzt töten? Ja Okay Zumindest eine Mission möchte ich jetzt mal schaffen hier Ich äh Da hinten sehe ich sogar schon den Pudding Wenn das der ist Sieht ziemlich strange aus Das wollte ich gar nicht hin Ich wollte eigentlich schon als Crystarium mal durchgucken 8000 Punkte Okay Ja Das geht Das crash mal hin Feurer Yeah So Du 20 Angriffspunkte Nummer 20 Jawoll Fang geht ab Hope Heiler Magie plus 20 Sehr gut Oh TP 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 Jawoll Sauber TP Das braucht der Hope auch Kann ich da durch das Wasser Schaut euch diesen Brocken an Gegen die kann man kämpfen Wirklich Aber Leute Einschlag Ich bin down Ich kann nicht über das Wasser Hier kann ich Lass mich Oh das sind die Schafe Oh die sind so süß Die sind so knuffig Ich finde die Schafe so cool Das ist ein langweiliges Leben Bist du blöd Die Schafe sind cool Ich bin auch gern scharf Warum kann ich nicht ins Wasser Man like Nur weil du keinen Bock hast dich nass zu machen Geil Okay Speichern Ja ich speichere jetzt ab Bevor ich hier gleich stehen Ich habe übrigens nur noch 20% Batterie Bei meinem Handy Nee okay Bevor ich gleich bei dem Pudding da sterbe Es ist tatsächlich der Pudding Oh mein Gott Und daneben ist nur ein riesengroßer Übelster Brocken Ach Entschuldigung Chef Pudding Siehst ekelhaft aus Wirklich Okay Ja Der hat schon mal drauf Der Kerl Der hat auf jeden Fall schon mal drauf Muss man sagen Du hast was drauf Aua Dankeschön Weil ähm Leute Ich will Final Fantasy Ja nicht einfach nur durchspielen Sondern sobald ich das durchgespielt habe Möchte ich auch alle Missionen machen Also hier sowas Das heißt Wenn Je nachdem Ich weiß ja nicht ob ich erst die Mission mache Und dann das Spiel durchspiele Oder ob ich erst das Hauptspiel durchspiele Und dann die Mission mache Kommt drauf an Ich muss ja jetzt sowieso erstmal trainieren Das heißt wir werden jetzt sowieso erstmal ein paar Parts Missionen haben Aber Wer weiß Ich möchte alle Missionen machen In diesem Projekt Das heißt es werden gefühlt 800.000 Parts Fall in Fantasy kommen Aber das ist mir lachend Das Gute ist auch Jeder Aschill Steppe kann ich meine Parts richtig gut von der Zeit her einteilen Aber meine Nase Meine Nase ist so Voll kacke Aber egal Steh da drüber Schön dass der auch Fang geht Das interessiert mich rechtlich wenig Das finde ich eigentlich ganz Ja danke Gerade noch so schön gelobt Den Pudding und der andere Kein Bock Aber fängt es nicht tot Ah der Chef vor dem aber auch Ja dann Nur ein Stern Keine Gegenstände Mission erfüllt Rangstern Belohnung Akanum Scherpe Neue Auszeichnung gehalten Eifriger Debutant Ich habe jetzt gedacht Ich müsste nochmal zu der Statue zurück Um Bescheid zu sagen Dass ich die gemacht habe Das ist Mission Nummer 2 Ach die ist direkt hier neben Cool Ja Mission Nummer 2 Das Jägers List Ist das auch wirklich Ja das ist tatsächlich Thema 2 Jetzt oder nie Ich muss den Urdi Schirm bezwingen Meine Zeit läuft ab Doch er ist ständig von einem Rudel Leo Achai zu geben Der Urdi Schirm allein ist schon stark genug Zusammen mit seinen Hilfsarmee Ist er für mich nicht zu schaffen Ich muss einen Weg finden Die kleinen Biester abzulenken Das war der Typ den ich nie gefunden habe Ich habe den Typen im Bar gesucht Immer Ich habe den nie gefunden Nie Weil der wird mir nämlich auch nicht angezeigt Wo der ist Angeblich ja schon Da steht Missionsziel soll angezeigt werden Aber wo Also ich sehe hier Das Doch da 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 Ich wusste gar nicht Dass die Missionsziel angezeigt werden Weil sonst ist das ja voll einfach Ich habe das nie gesehen Nie Er ist so ein Riese Ich kann mich am Arsch Ich habe jetzt keinen Bock Denn das ist ein Savepoint Da ist noch ein Bieser Hey Na Wie geht's hier Na Collager Alles im Load Ich finde das gut Dass hier die ganzen Gegner Und so Schon ein bisschen friedlich sind Die greifen dich nicht sofort an Du kannst dich Schön aussuchen Gegen wen du kämpfst Abgesehen von manchen Die Agro werden Aber Ich will erstmal den Schatz holen Dann save mal So wie der da Der wird Agro Oh der ist Agro geworden Oh 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 Der ist Agro Oh 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 Der will zu wissen Ein Ambi ist Fan Yo Okay Okay das wird nix Oh 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 Gott Das wird nie im Leben was Oh 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 Holy shit Das wird aber sowas von nie im Leben was Holy shit Oh fressen Das ist glaub ich Exempel Ja Das hab ich mir schon gedacht Oh come on Er hat gleich Schock Aber Das wird nie im Leben etwas Nie Den kriegen wir noch nicht down Ihr seht Es wird richtig schwer jetzt Ihr seht das ja jetzt Es wird richtig schwer Das Spiel Guck mal Selbst mit Schock Zieh ich dem echt wenig ab Und ich bin eh tot Okay Boah Der Typ ist Agro geworden Scheiß Idiot ey Tut mir leid Ich gehe auch direkt wieder Bewachst du da etwa den Schatz oder sowas Ähm Wie viel hat mir denn jetzt der Pudding gegeben Auch nur 980 Achso ja ich hab ich Es ist ja schon fast das halbe Spiel Ich kann den noch bestimmt umgehen Neben den Penner Ich kann den noch bestimmt Bestimmt umgehen Natürlich kann ich den umgehen Ich will gar schon sagen Hast du mal Bock den Schatz zu öffnen Ist ja vielleicht Schwingen Schau dir diese Gegend an Ja das machen wir mal später Was machen wir noch Geile Sorge Haupt Geile Sorge Wir chillen So Ich save hier ab Erste Mission ist geschafft Zweite Mission Sind wir jetzt dran Werden wir auch machen Ihr seht es wird schwer das Spiel Es wird hart Wir müssen trainieren Wir müssen jetzt erstmal Missionen machen Ich hoffe es stört euch nicht Wenn ja Schaltet ein paar Parts später wieder ein Wenn es wieder mit Hauptstory und so weiter geht Aber das kann jetzt erstmal ein bisschen dauern Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen Wenn ja könnt ihr es sehr gerne im nächsten Part wieder einschalten Das würde mich sehr freuen Ich sage bis dahin Tschüss Ich sage bis dahin